Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 262. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du mir heute zuhörst. Heute erzähle ich euch mal etwas über garnilensichere Filter. Ein Thema, was wohl jeden Garnelenhalter auch so ein bisschen betrifft. Und was ich oft mitbekomme, ist, dass viele Garnelen halten möchten, so eine Gruppe von 10 Tieren. Und die Tiere einfach mal so verschwinden oder am Ende im Filter sind. Und oft kriege ich die Nachricht auch auf Instagram oder die Fragen, meine Garnelen sind im Filter, was kann ich denn da überhaupt tun? Das Thema garnilensicherer Filter, kann ich mich erinnern, ist eigentlich schon bestimmt 15 Jahre alt. Als ich mit Garnelenhaltung angefangen habe, war das schon Thema Nummer 1, dass man halt aufpassen muss, dass man einen garnilensicheren Filter hatte. Und da hatte man damals echt nur Strumpfhosen oder halt so Schwämme von den Lufthebefiltern. Und mehr gab es da eigentlich gar nicht. So, heute ist der Markt so riesig und man hat so viele Möglichkeiten, seinen Filter garnilensicher zu machen. Aber warum muss man überhaupt einen Filter garnilensicher machen und was bedeutet das eigentlich? Ja, die meisten Filter in der Aquaristik, vor allem auch Innenfilter, aber auch Außenfilter, haben sehr große Einlässe. Ähm, wo relativ große Rillen sind. Zum Beispiel bei den großen Aquarien von Juwel oder so zum Beispiel, wo fest eingebaute Innenfilterkästen sind. Da sind die Rillen so groß, dass normale Zwerggarnelen da wunderbar durchpassen und am Ende im Filter sind. Ähm, ist manchmal gar nicht so das große Problem. Das Problem ist am Ende die Pumpe, ähm, die, ähm, die Garnelen einfach nur zerschreddert. Und die Tiere dann dementsprechend nicht mehr das überleben. Aber auch normale Innenfilter in 60 Liter Aquarien und sonst was können, sind so, dass die Saugnäpfe so an den Scheiben sind, dass die Tiere dahinter sich verklemmen. Auch Fische hatte ich damals, Neonfisch, mal hinter meinem ersten, ähm, Rochenfilter, war das damals ein 54 Liter Aquarium, ähm, da hinten sich eingeklemmt hat, weil er dahinter geschwommen ist, weil er da irgendwas zu fressen gefunden hatte. Aber auch Garnelen waren dahinter einfach eingeklemmt und sind dort verstorben. Natürlich, ich als aufmerksamer Jung-Aquarianer ist es immer sofort aufgefallen, weil ich natürlich genau wusste, wie viele Fische habe ich, wie viele Garnelen habe ich. Und ich habe, glaube ich, alle 10 Minuten gezählt, einfach weil ich auch den ganzen Tag vor dem Aquarium hing. Und, ähm, dementsprechend muss man halt dafür sorgen, dass man einen garnelensicheren Filter hat. Das ist manchmal so, dass auch ein normaler Innenfilter gar nicht für erwachsene Tiere, ähm, so das Problem ist, aber für jungen Garnelen. Und viele möchten ja auch die Tiere sich vermehren oder man freut sich einfach auch, wenn sich ein Tier so wohl fühlt, dass es Junge kriegt, ähm, also einfach der Nachwuchs da ist. Und die kleinen Jung-Garnelen sind so klein, die passen in die kleinsten Schritte, äh, Schnitt, Schnitt, Schritte wollte ich schon sagen, in die kleinen Schlitze rein. Und dementsprechend muss man dafür sorgen, dass das halt einfach nicht im Aquarium passiert, beziehungsweise bei einem selber. Und als ich mit der Aquaristik angefangen habe, gab es halt die Bodenfilter der Trend, da hatte jeder einen Bodenfilter im Aquarium, das hat heutzutage, glaube ich, kaum noch jemand. Und halt die Lufthebefilter. Lufthebefilter sind Filter, die werden über Luft betrieben, da ist halt einfach ein Schwamm unten und dann ein Plastikrohr. Ähm, und dort wird Luft reingepumpt und diese Luft wird, geht er, steigt er wieder nach oben und dementsprechend wird ein Zug, ein, ein, also eine Saugkraft erzeugt, ähm, die das Wasser mit nach oben fördert. Und dementsprechend wird so das Wasser gefiltert. Und die Garnelen können da auf keinen Fall durch das Schaumstoff in den Filter rein oder auch zu häckselt werden. Ähm, dementsprechend kann da nichts passieren. Dann gab es den Hamburger Mattenfilter, ganz berühmt. Ähm, das ist so eine Schaumstoffmatte. Die man ins Aquarium mit einklebt. Ähm, und dahinter ist deritisch dasselbe Effekt. Heutzutage hat man sich aber oft darauf spezialisiert, dass man keine Sauerstoffpumpen mehr nehmen muss, also Membranpumpen, weil die relativ laut sind auch. Ähm, dass man einfach normale Innenfilter dahinter installiert, ohne dass Garnelen daran leiden. Hat man jetzt aber zum Beispiel schon ein Filter und möchte sich keinen neuen kaufen, hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eine Strumpfhose einfach sich kaufen und einfach darüber ziehen. Feine Netze. Ich mache zum Beispiel manchmal, kaufe ich mir einfach einen Kescher für 250, einen größeren. Ähm, und da ist auch ein Netz drum. Und, äh, schneid einfach das Netz da raus und dann habe ich auch was ganz Günstiges und Schnelles, ähm, wenn es einfach mal schnell gehen muss und ich, äh, nicht daran gedacht habe. Weil auch ich denke manchmal bei Außenfiltern nicht wirklich dran, ähm, aber gibt es natürlich auch andere Methoden, wo man dann einfach, wie gesagt, Netz so drüber macht oder halt, ähm, sich auch Adapter kaufen kann für zum Beispiel Außenfilter. Ähm, die haben relativ große Rillen und da gibt es echt garnelensichere Filter tatsächlich, also Aufsätze, die man da raufpacken kann in verschiedensten Größen mit verschiedensten Durchmesser. Und diese, ähm, sind wirklich sehr, sehr gut. Die sind so fein, das ist so ein ganz kleines gitterartiges, ähm, Gedöns, äh, Metall oder weiß nicht genau, welches Material das gerade ist. Und, äh, da passt keine Mini-Garnele einfach durch. Das Problem ist natürlich, dass wenn grober Schmutz da ist, der wird auch nicht durchpassen und verstopft das natürlich. Deswegen muss man das mal regelmäßig reinigen. Ähm, bei meinem Außenfilter habe ich, wie gesagt, das Netz einfach drum gemacht. Da habe ich so ein Stück Netz abgeschnitten und, ähm, einfach mit einem Kabelbinder das Netz einfach, äh, drum verbunden. Ähm, komisch ist manchmal, also jetzt letztens habe ich den Außenfilter sauber gemacht, gab es trotzdem noch eine Garnele, die da drin war, aber eine Erwachsene. Das heißt, die ist da wirklich als kleine Bibigarnele wirklich eingesaugt worden oder reingekrochen, ähm, und ist in dem Filter relativ groß geworden. Ähm, das kann natürlich auch passieren, sobald die Tiere nicht an die Pumpe kommen, ähm, überleben die Tiere das normalerweise auch. Und wenn nicht so eine heftige Strömung ist, dass die Tiere davon kaputt gehen in diesem Filter, ist das auch gar kein Problem. Bei meinem allerersten Außenfilter war es nämlich mal so, dass, den hatte ich nach einem 54-Liter-Aquarium betrieben, den hatte ich dann von JBL bereitgestellt bekommen. Das war so der erste, ähm, energiesparende Außenfilter und den habe ich dann auch da installiert und dann hatte ich Amano-Kanälen da drin, also meinen Nachwuchs. Und da sind die immer mehr verschwunden, immer mehr. Und dann machte ich irgendwann mal diesen Filter auf und dann guckten mich alle meine 70, 80 Amano-Kanälen an. Die waren ja noch relativ klein auch, die passten sowas von durch die Schlitze. Ähm, guckten mich dann an, als ob nichts gewesen wäre und haben sich natürlich da an dem leckeren Mulm, ähm, ja, ihre Hauptspeise da einfach gegessen. Und haben gedacht, oh, hier ist doch eigentlich super, warum willst du uns denn wieder ins Aquarium packen? Ähm, packen und, äh, dann habe ich auch natürlich diesen Auslass, ähm, wiederum, ähm, dicht gemacht. Also auch garnilensicher. Heute ist es so, dass ich jedes, nur noch Filter verwende in jedem Aquarium, die garnilensicher sind. Ich nutze einfach diese Bob-Schwammfilter, die ich selber auch, ähm, einfach jetzt an, an, an Leute verkaufe, weil ich einfach so überzeugt von dem bin, weil ich einfach in jedem Aquarium drin habe und einfach die leisesten, der leisesten, der leisesten Pumpen überhaupt sind. Das sind nämlich Innenfilter. Das ist das gleiche eigentlich wie so ein Lufthebefilter, sieht da aus, ähm, nur mit dem Innenfilter drin und hat 4 Watt und ist, man hört ihn einfach nicht. Das ist halt das Angenehmste von allem. Ich hatte ja in meiner alten Aquariananlage 20 Aquarien, in jedem hatte ich 3 Auslässe für einmal einen, 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 einen Lufthebefilter und 2 Aus, äh, 2 Stege für die Bodenfilter, weil ich in jedem Aquarium auch Bodenfilter hatte. Heißt, in so einem 20 Liter Aquarium hatte ich 3, ähm, Luft, äh, Zufuhr, ähm, Pumpen, also 2, 3 Filter eigentlich kann man am Ende sagen und hatte dazu noch 2, äh, 2 riesen, äh, Membranpumpen mit jeweils 30 oder 60 Watt, ich weiß es nicht mehr genau. Und die waren so höllisch laut und man natürlich auch die ganze Zeit das Blubbeln gehört und sonst was und ist so ein Keller oder so auch völlig okay, sag ich mal so, aber im Kinderzimmer, ich weiß nicht. Heute möchte ich das Ganze nicht mehr, heute hat man auch ein Aquarium in einer Wohnstube im, im Schlafzimmer, ähm, nebenan stehen, wo man das hören könnte und man möchte natürlich, ich finde es stille sowas von schön im Leben, ähm, dass ich einfach darauf auch immer wieder zurückgreifen werde. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich packe nur noch überall diese Bob-Schwammfelder rein und gerade baue ich ja auch im Keller die Aquariananlage und es ist so verdammt ruhig. Ähm, meine Meerwasseranlage, die, wo ja Wasser von unten nach oben gepumpt wird, wo ein Abschäumer drin ist, die ist lauter, die ist gar nicht mal so krass laut, aber man hört es halt. Ähm, und die Garnelenanlage, da hast du halt überhaupt nichts und ich finde das so angenehm, weil man einfach ein bisschen mehr abschalten kann vor seinen Tieren, statt die ganze Zeit irgendwo so einen Brummen zu haben oder ein Blubbeln. Ähm, hat natürlich auch irgendwas, aber am Ende muss jeder wissen, wie, wie er das gerne mag. Es gibt natürlich auch von ganz vielen anderen Herstellern, ähm, garnensichere Filter. Manche haben auch, von Sera heißt der direkt, garnensicherer Filter. Von Dennerlehre gibt es den Eckfilter, der extra Baby garnensicher ist oder halt normal, der, der einfach nur für, äh, die größeren Garnelen sicher ist. Also man muss einfach auf dem Markt selber gucken, was möchte ich, in welcher Größe möchte ich das, passt das in mein Aquarium. Aber zum Schluss zählt nur eins, Hauptsache er ist garnensicher, Hauptsache den Tieren können nicht da drin verenden. Und dann hat man auch wesentlich viel mehr, viel mehr Spaß, äh, an dem Hobby. Und ja, ich habe insgesamt tatsächlich, wie ich sagte, jetzt habe ich überall Bob-Schwammfilter drin, ein Lufthebefilter habe ich tatsächlich drin laufen in einem Aquarium. Ähm, aus dem Grund, weil ich keinen Bob-Schwammfilter da in dem Moment verfügbar hatte. Und ich dementsprechend Nachwuchs gekriegt hatte und vorher hatte ich einen kleinen anderen Innenfilter drin, weil ich einfach keinen anderen Filter da hatte, der natürlich grobe Einlässe hatte und dementsprechend die Jungtiere aufgesaugt hätte und, äh, getötet hätte. Und dementsprechend habe ich dann schnell ein, ein, eine, ja, ein Lufthebefilter, ähm, genommen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ja, jetzt habe ich doch noch mal ein Thema, was, ähm, was jetzt, ich wollte jetzt eigentlich schon fast zum Ende kommen. Aber vielleicht kann man darüber doch noch mal ein bisschen reden. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich stelle mir 40 Aquarien auf, jetzt mal übertriebenen Sinn, aber oder 20 schon, 20 reicht schon. Dann muss man natürlich auch gucken, was kosten mich die Filter, ne, das ist jetzt so ein Bob-Schwammfilter, ist ja auch nicht das. Das günstigste, sag ich mal so. Und, ähm, so einen Lufthebefilter bekommt man so ab 9 Euro. Und da muss man natürlich auch gucken, für 20 mal 20 Euro oder 20 mal 9 Euro zu bezahlen und dann eine große Pumpe und dementsprechend nur den Stromverbrauch zu haben oder halt 20 mal 4 Watt. Das muss man am Ende einfach ausberechnen, was ist am Ende ein Wert und wo steht das am Ende. Aber so muss man das natürlich auch irgendwo berechnen. Und wenn ich mir zum Beispiel 100 Aquarien aufstellen würde, würde ich am Ende wiederum über Luft filtern, weil es einfach energieeffizienter wäre, günstiger. Und, ähm, das Hobby ist teuer. Das Hobby macht Spaß, aber man muss ja nicht unnötig sein ganzes Geld aus dem Fenster rauswerfen, wenn es auch einfach eine günstigere Variante geht. Vor allem, weil man ja ein Aquarium nicht einfach aufstellt, vor allem 100 Stück und es lässt man nur ein, zwei Jahre laufen, sondern das ist ja schon für etwas länger geplant. Und da muss man natürlich auch auf die Umwelt, aber auch auf die Energiekosten irgendwo gucken. Und dementsprechend, ähm, kann ich jetzt nicht immer sagen, ich empfehle jetzt nur noch Innenfilter oder den Bob-Schwamm-Filter. Es gibt super andere Filter, ähm, aber man muss natürlich auch immer mal gucken, wie ist der Verbrauch. Die meisten Filter, äh, ich kenne kaum noch Filter, die über 4 Watt verbrauchen, also wenn man mal vor 10 Jahren guckt, ähm, war der Stromverbrauch wesentlich höher. Inzwischen verbrauchen die halt fast gar nichts mehr. 4 Watt ist halt wirklich nicht viel. Das Kosten, ich glaube, ich habe es letztens gerade erst ausgerechnet, also um die 4,50 liege ich mit meinen Bob-Schwamm-Filter, alle die ich im Betrieb habe im Monat. Das ist völlig in Ordnung und ich habe, äh, schon ein paar mehr am Laufen und dementsprechend passt das. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Ich hoffe, du konntest einige Informationen aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos plus Bilder und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 262. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und tschüss, euer Lukas.